Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Dies hier ist das erste von drei Videos, die sich mit dem Thema QRP-Sendeleistung beschäftigen. Dabei werde ich ausprobieren, wie weit komme ich denn, was kann ich erreichen in einer Stunde mit 10 Watt, mit 5 Watt und mit nur einem Watt Sendeleistung. Dabei handelt es sich immer um PEP-Sendeleistung, also das, was hinten am Funkgerät quasi rauskommt. Heute starten wir mal ganz gemütlich und schauen uns mal an, was kann ich erreichen in einer Stunde Betrieb mit 10 Watt Sendeleistung. Los geht's! Wir starten mal mit 10 Watt Sendeleistung und das im 15 Meter Band. Wir machen hier FT8-Betrieb, weil wir dann natürlich den besten Wirkungsgrad haben. Und hier im GridTacker können wir nachher nachvollziehen, wo wir dann alles wie gut gehört worden sind. Ja, was das Setup auf Senderseite angeht, so haben wir hier einmal den ICOM IC7300 auf Frequenz hier und hier oben haben wir noch einen Antennentuner dran und hier werden wir jetzt die Leistung messen. Dafür werde ich mir mal hier gerade eine freie Frequenz suchen, da zum Beispiel. Dann werden wir den CQ-Ruf einfach mal hier starten und danach dann hier am Gerät die Sendeleistung so ein bisschen einstellen, dass wir da auch auf 10 Watt kommen. Wir warten jetzt, bis er sendet. So, da ist er jetzt auf Leistung. Jetzt gucken wir hier, dass wir auf die 10 Watt kommen und das ist jetzt der Fall. 10 Watt Sendeleistung, die wir hier rausgeben. Ja, und jetzt rufen wir einfach mal ein bisschen CQ und schauen mal, wie weit wir denn kommen und wo wir überall mit diesen 10 Watt gehört werden. Schlüssel Busch und geht, bis zum nächsten Watt, bis zum nächsten Watt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, knapp eine Stunde Betrieb ist rum und wir schauen mal, was wir so alles erreicht haben. Ich habe die Hälfte der Zeit CQ gerufen, da kam nicht so allzu viel zurück, gut als deutsche Station ist man natürlich auch nicht so verliebt auf den Bändern. Und dann habe ich auch noch ein bisschen so mal geschaut, dass ich die ein oder andere Station erreiche. Ja, wenn wir hier mal das Grid Tracker Fenster ein bisschen größer machen, dann seht ihr, wo ich überall gehört worden bin mit 10 Watt Sendeleistung. Und ihr seht, das ist eigentlich in ganz Europa der Fall gewesen, Spanien, Italien, Griechenland, Frankreich, England, hier oben Skandinavien, bis rüber hier nach Russland. Alles kein Problem, Türkei, überall, ja, also Europaverkehr hier überhaupt kein Problem. Und ihr seht auch, dass ich teilweise auch sehr laut gehört worden bin mit den 10 Watt. Hier seht ihr es, dB im Bereich dB, zweiter Punkt von oben, plus 1 oder hier plus 5, plus minus 5, ja, minus 5, da minus 11. Also durchaus ganz gute Ergebnisse, hier mit minus 3 gehört worden. Ja, aber wir zoomen mal noch ein bisschen raus und ich zeige euch, wie weit es denn so im Maximum ging. Hier bin ich da mal in Russland, tief in Russland, im asiatischen Teil Russlands gehört worden mit minus 7, immerhin schon fast 4000 Kilometer. Hier haben wir einen Spot, da sind wir in Kuwait mit minus 10 gehört worden. Hier die Inseln auch ganz gut. Und wenn wir hier mal reinschauen, da sogar irgendwo hier in Kenia gehört worden mit minus 18. In Brasilien gehört worden, hier mit minus 15, minus 10. Hier bin ich gehört worden in Venezuela mit minus 14. Hier jede Menge Spots noch, minus 20, minus 17. Sind natürlich jetzt hier etwas dünner, aber immerhin. Auch hier Karibik gehört worden, minus 17, minus 15. Ja, und dann haben wir hier natürlich Ostküste, USA. Da haben wir plus 19 gehört worden in den Vereinigten Staaten. Hier in New York die Ecke Washington, minus 19, da minus 14. Kanada, hier minus 5, minus 5. Ja, also durchaus auch DX-Verbindungen hier kein Problem. Wir gucken hier unten nochmal die Ecke. Da bin ich gehört worden in China mit minus 10, immerhin vor 19 Minuten. Also da auch gar nicht mal so schlecht. Hier unten sogar gehört worden in Australien mit minus 15. Und hier gehört worden vor 40 Minuten mit minus 19, immerhin. Das wären dann 18.600 Kilometer. Also das ist mit Sicherheit hier die weiteste Entfernung, die wir hier haben. Ja, insgesamt sieht das Ganze ganz ordentlich aus, wie ich finde. Mit nur 10 Watt gute Ergebnisse erreicht. Und wir schauen auch mal jetzt ganz kurz noch ins Logbuch rein. Hier seht ihr, es sind insgesamt 2, 4, 6, 8, 10 QSOs geworden. Hauptsächlich mit russischen Stationen hier. Das weiteste war diese allererste 4.400 Kilometer, die ich gearbeitet habe. Aber auch Griechenland, Litauen, Kanada. Hier ist noch eine Kanada mit 5.000. Die war noch weiter, ja, 5.000 Kanada. Aber immerhin, ja, das kann sich doch, denke ich mal, sehen lassen. 10 QSOs in einer Stunde, hier mit nur 10 Watt und durchaus interessante Ergebnisse dabei. Soweit mein Test zu dieser QRP-Sendeleistung. Zum Abschluss noch drei Hinweise. Erstens die Antenne. Angeschlossen war hier ein 10 Meter 0815 RG58 Kabel an einem einfachen Dipol für das Band aufgehangen in 6 Meter Höhe. Ich weiß, dass das nicht optimal ist, aber ich wollte hier auch ganz bewusst nicht das maximal mögliche zeigen, sondern eher das, was für viele Funkamateure die Realität ist. Denn nicht jeder hat ja die Möglichkeit, direkt einen 20 Meter Mast mit 3 Element Kurzwellenbeam aufzubauen. Zweitens die Bandauswahl. Auch hier habe ich mich beschränkt eher auf 0815 Bänder. Und vermutlich wäre zum Beispiel bei sehr guten Bedingungen im 10 Meter Band deutlich mehr los gewesen. Das Magic Band bietet ja da doch einiges. Aber nicht immer herrschen dort gute Bedingungen und man kann auch nicht zu jeder Uhrzeit darauf zugreifen. Auch sieht es zum Beispiel bei der Betriebsamkeit so aus, dass man natürlich etwa im 17 Meter Band deutlich weniger Betrieb und deutlich weniger Störungen durch andere gehabt hätte. Aber auch hier gibt es eben Funkamateure, die nicht auf alle Bänder Zugriff haben. Daher eben diese begrenzte Bandauswahl. Anders sieht das aus bei der Betriebsart. Hier habe ich mich ganz bewusst für FT8 entschieden. Denn diese Möglichkeit steht ja auch jedem jederzeit offen. Jeder kann jederzeit FT8 machen. Wenn du andere Betriebsarten magst, was völlig okay ist, dann musst du bei CW beachten, dass hier nur Verbindungen dann zustande gekommen wären, die etwa bis minus 14 dB FT8 Report gegangen sind. Und bei SSB braucht man dann schon einen positiven FT8 Report, damit das Ganze dann auch in SSB zustande gekommen wäre. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und konnte so ein bisschen die Orientierung geben, was in den unterschiedlichen Sendeleistungen so möglich ist. Falls du die anderen Videos noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir natürlich am Ende. Gerne kannst du mir deine Meinung, deine Erfahrung hier unten in die Kommentare hauen. Vergiss auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, falls dir das Video gefallen hat. Ich empfehle es gerne weiter, damit auch mehr Leute erfahren, dass man nicht unbedingt immer QRO machen muss. Und vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, falls du das noch nicht gemacht haben solltest, damit du eben über die kommenden Videos von mir auch informiert wirst. Zum Abschluss wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.